Schönen guten Tag zusammen, willkommen bei Unicast, ein weiteres Video aus der Serie komprimierte Informationen für den interessierten ITler. Heute möchte ich ein OpenWRT verwandtes Thema ansprechen, nämlich OpenWisp. Was ist das? OpenWisp ist eine Software, mit der man an zentraler Stelle viele verschiedene OpenWRT-Knoten verwalten kann. Das heißt, man kann Konfigurationselemente definieren, die da Templates genannt werden und die dann selektiv auf einzelne Knoten oder auf mehrere Knoten dann gezielt ausrollen. So sieht das aus. Das ist das Webinterface. Ich habe hier im Moment nur einen Knoten drin und bin gerade aber dabei, mir eine Testumgebung aufzubauen, bestehend aus ganz vielen virtuellen WRT-Knoten, die auf einer Proxmox-Virtualisierung laufen sollen. Und da möchte ich jetzt ganze 60 Knoten an der Zahl aus dem Boden stampfen und da musste ich mir natürlich Gedanken zu machen, wie verfahre ich da am besten, um das nicht alles von Hand irgendwie einrichten zu müssen. Also ich will auf Proxmox nicht jeden einzelnen Knoten irgendwie von Hand anlegen müssen. Ich will halt auch möglichst nicht viel Zeit dafür aufwenden müssen, um diese ganzen einzelnen Knoten dann in dieses OpenWisp-System zu integrieren. Und dazu gibt es zum Glück ganz gute Werkzeuge. Ich muss mir dafür mein eigenes OpenWrt-Image bauen. Dazu habe ich im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann den OpenWrt-Image-Bilder benutzen oder ich könnte die Bildroot-Umgebung benutzen. Der entscheidende Unterschied ist eigentlich so der, dass die Bildroot-Umgebung alles from scratch kompiliert, dementsprechend auch relativ lange dauert, vor allen Dingen für den ersten Run, für das Anlegen des ersten Knotens. Bei dem Image-Bilder hingegen ist halt alles schon vorkompiliert und der sucht sich nur die Pakete zusammen und die Dateien und packt die dann halt in ein Firmware-Image rein. Also es geht etwas schneller. Deswegen habe ich halt mein Tutorial heute auch auf die Image-Bilder-Variante ausgelegt. Wer da vielleicht zum Bildroot noch Input braucht, kann ich demjenigen oder derjenigen gerne geben, denn ich habe halt beides mal durchexerziert. Das heißt, der Prozess sieht dann im Endeffekt so aus. Ich baue mir für jeden Knoten, den ich halt im Endeffekt installiert haben möchte, ein eigenes Image. Das sind die Knoten N300 bis N359 an der Zahl 60 dann insgesamt. Und alle sollen halt schon den Host-Namen gesetzt haben und sollen schon die OpenWisp-Konfigurationsdatei beinhalten. Ja, das ist es eigentlich schon. Die Netzwerkkonfiguration muss gar nicht unbedingt jetzt konkret vorgenommen werden an dieser Stelle, weil ich einfach ein Warninterface auf den Knoten habe, das DHCP macht. Das heißt, das kann ruhig eine generische Standardkonfiguration bleiben. Die Knoten sind dann sofort online. Nachdem dann die Firmware-Images alle erzeugt sind, muss ich die natürlich in Proxmox irgendwie reinbekommen. Das heißt, ich muss in Proxmox VM-Knoten anlegen und dann dort die Platte reinbekommen. Und die Netzwerkkonfiguration vornehmen. Das alles habe ich weitestgehend automatisiert. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir auf meinem System, wo ich die Images bauen möchte. Und zwar habe ich mir ein kleines Skript gebaut, das heißt Deploy Nodes. Und das sieht so aus. Ich habe jetzt hier einmal eine Variable definiert Packages. Da stehen einfach aneinandergereiht alle Pakete drin, die ich jetzt gerne in meinem Ziel-Image schon mit drin haben möchte. Da ist halt eben einerseits zum Beispiel das OpenWisp-Config-Wolf-SSL. Da habe ich aber jetzt auch schon zusätzliche andere Pakete reingetan, die ich später brauchen werde, wie zum Beispiel die BMX-Routing-Demons oder Alfred und Batman-Advance und was weiß ich nicht, was alles. So, und dann habe ich noch einmal definiert, dass im Unterordner Files die Dateien liegen, die ich dann gerne in meinem Image drin haben möchte. Das zeige ich gleich auch nochmal. Und dann iteriere ich hier über die Knotenbezeichnungen darüber. Das heißt, bei mir heißen die dann N300 bis N359. Und darüber iteriere ich, also über diese Range. Und was mache ich dann? Ich gehe hier in die Files-ETC-Config-System rein und tausche dann im Prinzip jedes Mal den Knotennamen aus. Und dann baue ich das Image zusammen mit den Paketen, die ich oben ausgewählt habe und mit den Files. Und dann kopiere ich mir das hier auf einen entfernten Host, nämlich auf den Proxmox-Host, auf dem ich das gerne ausrollen möchte. So, wir gehen mal hier mal raus und schauen hier auch kurz mal rein. Hupala. Einmal die System. Hier steht jetzt auch schon die Timezone mit drin und der Maintainer und der Knotenname und auch noch NTP ist hier drin konfiguriert. Und dann schauen wir auch noch mal kurz in die OpenWisp-Konfigurationsdatei rein. Da muss ich jetzt hier ein bisschen rausschwerzen, aber im Endeffekt entscheidend ist, dass hier einmal unter Option URL die Adresse des OpenWisp-Controllers angegeben ist und halt auch unter Option Shared Secret das Passwort bzw. das Secret oder der Key von dem Environment bzw. von der Company, die da im Prinzip angelegt wurde, wo ich das drin haben möchte. Ich zeige das gerade mal. Unter OpenWisp gibt es dann hier die Organizations, nicht Companies, sorry. Unter Organizations gehe ich dann auf Unicast und hier hat man dann den Shared Secret, den man dafür übernehmen muss. Ja, das heißt, diese beiden Dateien sollen in jedes Firmware-Image mit reingebacken werden, mit dem Unterschied, dass halt die System immer einen anderen System-Name tragen soll, selbstverständlich. Und dann kann man das Deploy-Skript ausführen. Das sieht so aus. Das breche ich aber jetzt mal ab, weil das habe ich schon vorbereitet, weil das dauert eine gewisse Zeit. Also es ist schon schneller als mit der Bild-Root-Umgebung, aber es dauert trotzdem seine Zeit, also etwa anderthalb Minuten pro Image. So, dann sind wir jetzt auf meinem Zielsystem. Hier möchte ich jetzt alle entpacken. Das geht eigentlich relativ fix, aber ich spule hier auch mal ein kleines bisschen vor. So, entpackt ist jetzt alles. Und dann gehe ich hier in mein Handle-Wirt-Verzeichnis, weil hier habe ich mir auch etwas in Python gescriptet. Ja, und zwar, ich gehe erstmal hier nach ganz unten. Da wird über die gleiche Zahlen, hier wird über die gleiche Zahlen-Range drüber iteriert. Bei Python muss man nur aufpassen, das ist immer exklusive. Das heißt, 359 ist der letzte Durchlauf. Und was passiert jetzt hier? Also wir setzen uns hier erstmal ein Befehl zusammen, um in Proxmox eine VM anzulegen, die erstmal noch gar nicht sehr viel hat. Also einfach einen Kern, 128 MB RAM und einen Knotennamen eigentlich. Das heißt, noch ohne Netzwerk-Interfaces und ohne Festplatten-Image. Das kommt dann eben im nächsten Schritt. Das heißt, ich werde jetzt hier versuchen, QM-Import-Disk. Und dann wähle ich die Datei aus, die ich ja eben über das andere Skript habe erzeugen lassen. Und die muss ich dann auch noch hier über QM-Set auch noch aktivieren. So, dadurch habe ich dann jetzt auch schon mal eine Festplatte in meiner VM drin. Und zu guter Letzt muss dann hier auch noch die Netzwerkkonfiguration stattfinden. Dafür habe ich hier, es geht vielleicht noch eleganter. Aber ich bin nicht so sattelfest in Python, aber ich habe es jetzt mal so gemacht. Und zwar habe ich hier ein Array gemacht mit einer Dictionary, also ein Array mit Dictionary Embedded. Und das heißt, hier so ein Abschnitt ist immer für einen Knoten. Das heißt, hier Guest-ID 300 sind alle drei Einträge für die N300, für den N300-Knoten. Und dann habe ich hier die VLAN-ID 1300, Net0 und VM-BR3. Das heißt, ich muss halt die NIC immer mit angeben. Das heißt, das zählt bei Proxmox immer hoch. Die erste ist einfach 0, 2, 3 und so weiter. Und ich arbeite auch bei Proxmox eben mit VLAN-Filtering. Das heißt, ich habe halt eine Bridge und da kann ich dann im Prinzip, wie auf einem normalen Hardware-Switch, kann ich dann auswählen, in welchen VLAN die entsprechenden Ports drin sein sollen. Oder ja, genau wie das getaggt ist. So, und das kann man einfach so übernehmen. Hier habe ich unterschiedlich viele Netzwerkschnittstellen. Ich will halt ein vermaschtes Netzwerk aufbauen, wo die Teilnehmer untereinander verbunden sind. So, und hier unten wird dann einmal über die VLAN-Variable auch wieder drüber iteriert. Und dann setze ich jedes Mal hier die verschiedenen VLAN-Netzwerkschnittstellen. So, und zu guter Letzt lasse ich dann halt eben auch die VM-Systeme auch noch hochfahren. Das lasse ich jetzt einfach mal ausführen. So sieht das aus. Er legt halt die VM an, importiert die Festplatte und dann kommt schon auch das Nächste. Die VLAN-Interfaces, also die Netzwerk-Interfaces kommen zuletzt. Auch das dauert jetzt wieder eine gewisse Zeit. Um euch das jetzt nicht hier zu langweilig zu machen, schneide ich natürlich hier auch wieder. So, das Skript ist hier jetzt noch nicht ganz durchgelaufen, aber die VMs mit den Festplatten-Images und den Netzwerkschnittstellen sind jetzt angelegt. Jetzt werden hier nur noch die VMs gestartet. Wir schauen hier gerade mal rein, sehen jetzt hier, dass schon Knoten da sind, schon hochgefahren sind, den richtigen Host-Namen haben, eine Netzwerk-Konnektivität haben und mal schauen, ob hier jetzt auch was passiert. Normalerweise müssten jetzt hier unter den Devices, bin ich blind? Devices da. Ah ja, genau, da kam auch gerade schon der erste. Sie müssten jetzt die einzelnen Knoten auftauchen und das passiert jetzt hier gerade auch. Das heißt, das hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe die Images erzeugt, ich habe die VMs erzeugt, gestartet und dementsprechend erscheinen jetzt hier die einzelnen Knoten in meinem Dashboard. Das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Es sollte jetzt nur eher um den Workflow gehen, wie man denn viele Knoten auf einmal eben hier in diese Software hineinbekommt. Wenn man jetzt zum Beispiel keine virtuellen Maschinen hat, sondern physikalische Hosts, dann sind die Schritte natürlich nicht alle so einfach. Oder wenn man eine andere Virtualisierung hat, dann muss man das halt da dementsprechend anpassen. Aber grundsätzlich kann man die Schritte so übernehmen und hoffe, damit einen Beitrag dazu geleistet zu haben, falls jemand in dieser Richtung aktiv werden möchte. Falls es jetzt auch in dem Zusammenhang noch Interessen geben sollte, wie man denn zum Beispiel das OpenWisp bedient oder wie man die Bildroot-Umgebung benutzt statt den Imagebilder oder vielleicht was ganz anderes, dann sagt mir das bitte. Ansonsten bin ich auch über Kommentare jeglicher Art sehr offen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, ausschalten! Ich freue mich über einen Daumen hoch und ich freue mich über einen Daumen hoch.